Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter am 7. August 2050. Und der Sommer präsentierte sich bisher schon so, dass immer wieder Unwetter unterwegs waren. Und das ist auch heute der Fall gewesen. Hier eine weitere Superzelle aufgenommen von Benedikt Schmidt bei Ingolstadt. Und auch im Main-Taunus-Kreis ging es wild zu und her, was Sie hier sehen, der starke Regen. Teilweise sind 100 und mehr Liter auf den Quadratmeter innerhalb weniger Stunden gefallen. Knietiefes Wasser, die Autos kommen kaum durch. Und natürlich ist dann auch die Kanalisation vollkommen überfordert. Und wenn wir mal auf den Radarfilm schauen, dann sehen Sie hier von Westen in verschiedenen Staffeln kommen die Unwetter reingezogen. Gerade auch hier über Sachsen-Anhalt jetzt ein Schwergewetter weiter unterwegs nach Osten. Und das wird uns in der Nacht beschäftigen, gerade in der Osthälfte. Dort kommt die Front dann an. Drum auch gerade für Berlin, für Brandenburg, für Sachsen-Anhalt bestehende Tornado-Warnung. Die Temperatur sinkt hier teilweise auf nur 22, 23 Grad. Es ist eine Tropennacht im Westen. Da lockert es dann auf, die Werte dann um 17 Grad. Der morgige Tag ist durchaus ruhiger. Ein paar Schauer am Erzgebirge und Alpenrand wird es geben. Danach kommt die Sonne raus bei bis zu 31. Im Bergland angenehmen 21 Grad. Und wenn wir dann aber auf die Aussichten schauen, dann wird es wieder richtig heiß. Der Dienstag sonnig, 33 Grad an der Ostsee, 37 Grad in Richtung Markgräfler Land. Und dann kommt die große Hitze zu uns zurück. Am Mittwoch, Werte über 40 Grad in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und auch Bayern. 42 Grad, das werden die höchsten Werte sein. Und dann kann es gerade hier im Schwarzwald zu schweren, lokalen Hagelgewittern kommen. Hageldurchmesser wahrscheinlich im Bereich so zwischen 7 und 9 Zentimetern. Dann kommen die nächsten Tage und da haben wir es mit einer klassischen Omega-Wetterlage zu tun. In weiten Bogen werden die Tiefs um uns rumgeführt. Das heißt bei uns Trockenheit auf der einen Seite und große Hitze. Und dann auf der anderen Seite, wenn Sie hier Richtung Schwarzes Meer nach Südosteuropa gucken. Da haben wir dann wieder die Hochwasserwetterlage. Trotzdem wünsche ich Ihnen jetzt mit diesem Ausblick noch einen angenehmen Abend. Safer und mehr resilient. Please join me in taking action on climate change. Thank you.